Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Skorpion, die kosmische Landschaft stellt dich heute an einen Scheideweg von Intuition und Glauben, wo du dich vielleicht darauf freust, tiefe, spirituelle Einsichten zu teilen. Die Sterne raten dir jedoch zu einem vorsichtigen Vorgehen. Auch wenn deine Offenbarungen tiefgreifend sind, könnte der Versuch, andere zu deiner Denkweise zu bekehren, nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Es ist ein Tag der Selbstbeobachtung und nicht der Evangelisation. Auch wenn du an Flucht und Reisen denkst, ist es ratsam, noch keine konkreten Pläne zu schmieden. Nutze diese Zeit, um Ideen zu erforschen, ohne dich auf etwas festzulegen. Die Planetenkonstellation fordert dich auf, dich deinen Gefühlen hinzugeben, ohne die Last der selbst auferlegten Ernsthaftigkeit. Dies ist ein Moment, in dem du deinen Horizont auf eine Weise erweitern kannst, die mit deiner Seele in Einklang steht. Ob du nun einen kontemplativen Spaziergang am Strand machst, Zeit mit einem Haustier verbringst oder dich mit einem Freund triffst, suche nach Erfahrungen, die es dir ermöglichen, dich mit deinem tieferen Selbst zu verbinden. Diese einfachen, erdenden Aktivitäten können dir die Türen zum Verständnis deiner wahren Wünsche und Gefühle öffnen. In deinem Beruf wirst du von einer Welle der Kreativität überrollt, die deine Fantasie beflügelt. Versuche nicht, diese Welle der Inspiration zu unterdrücken, sondern lass dich von ihr leiten. Eine künstlerische Herangehensweise an deine beruflichen Bemühungen könnte zu einem noch nie dagewesenen Erfolg und zur Erfüllung führen. Dies ist eine Zeit der Innovation und des Experiments, denn deine einzigartige Perspektive ist von großem Wert. In Herzensangelegenheiten kannst du dich auf eine aufregende Reise freuen. Wenn du dich in neue romantische Gefilde wagst, mach dich auf eine Erfahrung gefasst, die ihres gleichen sucht. Lachen, tiefe Gespräche und ein gemeinsamer Sinn für Humor werden entscheidend sein. Es ist wichtig, dass du und dein E-Partner in lebhafte Diskussionen über die großen Fragen des Lebens führen und unbeschwerte Scherze genießen könnt. Lass dich auf diese dynamische Interaktion ein, denn sie ist wichtig für eine tiefe und bedeutungsvolle Beziehung. Du stehst kurz vor einer scheinbar kleinen, aber bedeutenden Chance, die sich zu einer Reihe positiver Entwicklungen entwickeln könnte. Auch wenn diese Chance zunächst unbedeutend erscheinen mag, wird deine Bereitschaft, dich mit ganzem Herzen darauf einzulassen, wie ein Katalysator wirken und einen Dominoeffekt mit positiven Ergebnissen auslösen. Nimm diesen Moment mit offenem Herzen und wachem Blick wahr, denn oft sind es die kleinsten Schlüssel, die die größten Türen öffnen. Das Universum zeigt dir, was du erreichen kannst, wenn du den Moment mit Optimismus und Entschlossenheit ergreifst. Vertraue auf deinen Instinkt, denn er wird dich dabei unterstützen, diese bescheidene Gelegenheit in eine transformative Reise zu verwandeln, die zu Wachstum, Erfüllung und unerwarteten Freuden führt. Da der Steinbockmond deine Problemlösungsfähigkeiten verbessert, kannst du alle Herausforderungen angehen, die dir bisher abschreckend erschienen. Du hast mehr Kraft und Fähigkeiten, als dir vielleicht bewusst war, und das ist der ideale Zeitpunkt, um komplexe Themen anzugehen. Wenn der Tag in den Abend übergeht, ist es jedoch wichtig, deinen Fokus zu verlagern. Lass die Arbeit hinter dir und beschäftige dich mit Aktivitäten, die dein Privatleben fördern. Vermeide es, beruflichen Stress auf dein Privatleben übergreifen zu lassen, denn das könnte zu unnötigen Belastungen in deinen Beziehungen führen. Bevorzuge es, dich zu entspannen und dich mit deinem Inneren Selbst oder deinen Lieben zu verbinden, denn das wird dir helfen, Harmonie und Gleichgewicht in deiner persönlichen Welt zu erhalten. Skorpion, heute geht es darum, ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem Teilen deiner Erkenntnisse und dem Respekt vor den Überzeugungen anderer, der Förderung deines kreativen Geistes und der Liebe mit Humor und Tiefe. Erinnere dich an die Kraft der Entspannung und daran, wie wichtig es ist, von der Arbeit abzuschalten, um ein gesundes Gleichgewicht in allen Aspekten deines Lebens zu erhalten. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Weltkarte steht für Vollendung, Erfüllung und das Erreichen eines wichtigen Ziels oder Meilensteins. Sie steht für ein Gefühl der Vollendung und für einen Moment der Ganzheitlichkeit. Für den heutigen Tag deutet die Welt darauf hin, dass du kurz davor stehst, etwas Bedeutendes zu erreichen. Es ist an der Zeit, deine Erfolge zu feiern und das Gefühl des Abschlusses und der Erfüllung zu erkennen, das mit dem Erreichen deiner Ziele einhergeht. Die Fünf der Stäbe ist eine Karte des Konflikts, des Wettbewerbs und des Kampfes. Sie steht oft für das Aufeinanderprallen von Ideen oder Interessen, was zu vorübergehendem Chaos oder Spannungen führt. Heute zeigt die Fünf der Stäbe an, dass du vielleicht auf Widerstände oder Meinungsverschiedenheiten stoßen wirst. Es ist wichtig, Konflikte mit Diplomatie anzugehen und Wege zu finden, Differenzen zu lösen, ohne unnötigen Streit zu verursachen. Das umgekehrte Ast der Münzen deutet auf eine Verzögerung oder eine verpasste Gelegenheit in den materiellen oder finanziellen Aspekten des Lebens hin. Es kann darauf hinweisen, dass ein potenzieller Start oder ein neues Projekt auf Hindernisse stößt oder sich nicht wie erwartet manifestiert. Das umgekehrte Ast der Münzen rät dir heute, deine finanziellen oder materiellen Vorhaben neu zu bewerten und zu überlegen, ob es verpasste Gelegenheiten oder finanzielle Rückschläge gibt, die du angehen musst. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf eine Mischung aus Erfolgen, Konflikten und finanziellen Überlegungen hin. Die Welt feiert deine Errungenschaften und den Abschluss einer bedeutenden Phase, während die Fünf der Stäbe dich ermahnt, alle Konflikte, die entstehen könnten, mit Takt und Verständnis zu lösen. Das umgedrehte Ast der Münzen fordert dich auf, deine finanziellen Bemühungen zu überdenken und verpasste Chancen zu nutzen. Feiere heute deine Erfolge und erkenne sie mit Dankbarkeit an. Wenn du mit Konflikten oder Meinungsverschiedenheiten konfrontiert wirst, solltest du sie im Geiste der Zusammenarbeit angehen und dich um eine friedliche Lösung bemühen. Nimm dir außerdem die Zeit, deine finanziellen Ziele neu zu bewerten und alle Hindernisse oder verpassten Gelegenheiten bei deinen finanziellen Unternehmungen anzugehen, um zukünftigen Erfolg zu gewährleisten. Untertitelung des ZDF, 2020